hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars mit mir den torben wir spielen auf der map floating islands größe 4x4 und ich will nicht in team grün deswegen gehe ich in team gelb und weil themen grün ist so das team wo ich denke dass es immer das team ist was entweder die spieler die lieben oder einfach schlechtes und dieses gefühl habe ich bei den anderen teams nicht also doch bei denen kann das natürlich genauso gut passieren jetzt bin ich in team blau ist übrigens meine lieblingsfarbe aber auch gerne mag ich die farbe orange ja genau blau orange zusammen sieht auch sehr schön aus aber was noch schön aussieht ist orange und silber zusammen das ist echt bombe oh guck mal gott sein kann wir das team gewechselt denn alles gelb hat das spiel verlassen sie ist etwa wieder einfach natürlich alles geplant weil ich wusste dass der okum und siehst du da hat noch eine verlassen wir wären jetzt nämlich nur noch zu zweit also ich mit einem anderen und so haben wir dann doch noch zwei leute mehr was denke ich schon seine vorteile hat ich mag die map floating island islands weil okum iZ gibt nur noch ein spieler die vernichten sich gerade selber natürlich optimal kommt hier hoch bitte bitte kommt hier hoch hier bei euch was schön der baut sich jetzt bitte nicht unten lang dankeschön vielen dankeschön ja gg würde ich sagen das ist natürlich nicht so stark also du einer gelber hast drei spieler weniger als die anderen ich würde sagen es ist nicht so klug also nicht so klug wollte ich nicht sagen ich wollte eigentlich sowas sagen wie nicht so stark du hast nicht mehr so hohe siegchancen oder sowas ähnliches das tat ich nicht er schreibt so richtig was soll das wie könnt ihr mir das antun du musst beleidigen obwohl die gar nicht mehr im spiel sind nein ich habe mir vorgenommen nichts mehr zu beleidigen nichts und niemanden auch nicht spieler die liften so ok sind wir die ersten in dem mittel i hope so vielleicht kommt er jetzt gerade mit bogen zurück oh das sieht so aus als wären wir die ersten das ja super spitzen mäßig ich glaube der baut sich gerade schon zum anderen team was ich natürlich nicht so fördere weil erstmal sollte das gold in der mitte doch aufgesammelt werden das wäre glaube ich das was dann im cool der hat schon das bett von einem zerstörte der ist halt einfach ein digger er nennt sich der ist digger das quasi der bruder von haftbefehl deswegen kann der auch ziemlich viel so guckt mal leute ich kaufe jetzt den zweitbesten bogen tobi wäre nicht stolz auf mich toll würde jetzt nicht richtig rum mich anschreien würde aber ich habe es getan tobi was tust du jetzt tobi was willst du machen nichts kannst du machen ja ich habe ihn einfach gekauft tja so ist das leben der hat nämlich punch noch drauf power punch hat der beste drauf das heißt nur dass man die spieler auch weit weg kickt aber der macht die immerhin schon mal schneller tot der macht die tot und das glaube ich an dem bogen sehr interesting wenn der spieler schneller tötet ich meine dieses punch bringt natürlich auch ziemlich viel der hat den grünen gerade da ein bisschen ausgetrickst das natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen dass der eine rote mich da oben ein bisschen aber man kann doch ruhig sagen abgestaubt hat okay es wartet da oben keiner auf mich alles klar dann kann ich hier nämlich mit meinem bogen ein bisschen bogen spammen nennt man in fachkreisen dann auch bow spam aber es müssen dann wirklich fachkreise sein bitte sonst möchte ich gar nichts vom bogen hören ok oder digga der digga dreht richtig auf er ist halt einfach krass ok dem habe ich mal kurz hier wieder ein bisschen kurz gezeigt wer hier der boss ist ja welches team also dass der in die mitte geht das geht ja schon mal gar nicht jetzt muss man hier wieder ein bisschen ich mag die map hier man kann sich hier gut verstecken die mitte finde ich auch ziemlich cool weil die so zwei etagen eben hat hier man kann hier schön über die anderen teams drüber springen wenn die in der mitte kämpfen gut zu wissen dass team gelb auch in der mitte ist nur unten mal gucken ob die ne wollten ok haben sie nicht haben sie nicht getan sehr gut das ist wichtig gott sein kann mir die treppe da so gerade weil ich ich kenne mich ich werde sowieso wieder runter gesprungen oh meine kaputte sieht ja gerade echt bombe aus egal ich hole mir jetzt erstmal ein sogenanntes iron sword beziehungsweise ein east blade gib mir bitte danke und dann möchte ich auch noch gerne eine eisenspitzhacke die wurden ja hier alle umgenannt ist ja nicht mehr in die einfach so zu nennen weil es damit das auch schön die andere die die typen die die aus einem anderen land kommen und eine andere sprache eingestellt haben damit die das auch nicht verstehen damit bei eisenspitzhacke nicht iron pickaxe sondern eisenspitzhacke steht kann immer bitte aufhören mich abzuschießen ist eine unerhörte frechheit das finde ich echt ein bisschen unverschämt das finde ich echt nicht in ordnung schäm dich was oh man der hätte noch einen schuss gebraucht unverschämtes stück warum gehe ich nicht hoch oben von oben zu treffen ist glaube ich ein bisschen amüsanter einfacher whatever ok ein grüner ist down spame ich einfach mal hier von oben in die base rein guck mal die haben ja auch das ist ja die sind aber auch großzügig ne ich muss aufpassen die haben ja einen bogen egal wenn ich ein bisschen ne das wage ich glaube ich besser nicht weil der ist kaum nicht schlecht im bogen schießen aber ich auch nicht mein freund ich auch nicht zack naja der war natürlich jetzt nicht optimal geschossen ich würde jetzt gerne direkt vernichten damit wir uns gleich nicht irgendwelche probleme machen es wäre mir echt ein vergnügen wenn ich die jetzt aus dem weg räumen könnte danke ok mit einem habe ich kein so großes problem mehr weil ich habe ein eisenschwert das der nicht hat wenn ich den vorher ein bisschen mit dem bogen schwächen kann damit ich nicht so geschwächt bin im gegensatz zu ihm weil ich habe fall damage bekommen und von ihm einen pfeil reingedrückt bekommen ok noch einen komm komm tu doch nicht so du bist wtf es bleibt mich richtig weg lol da hat er ein bisschen ausgeteilt hm ja solange gold spawnt nicht in der base solange ich ihn hier ein bisschen festhalte läuft das ja nur noch wir und team gelb hat ein bett und gelb hat einen spieler also das sollte jetzt tatsächlich dann unser sieg gewesen sein das problem ist dass der mich jetzt hier ein bisschen ankotzt danke ich denke mal nicht das nein ok gut alles klar das da hinten dann ist alles under control so leicht kriegt er mich nicht so leicht nicht aber wir kriegen dich schon fräulein und er schreibt äh doch aber bin ich mal gespannt hat er jetzt eine ansage gemacht ach mann der kann mich doch jetzt hier nicht die ganze zeit weg spammen das finde ich irgendwie nicht in ordnung ich müsste halt irgendwie zu dem dann könnte ich mein eisenschwert ausnutzen und ihm hiebe austeilen leider ist es leichter gesagt als getan naja alter wie der mich immer direkt trifft ey du hast ein schwanzgesicht da ist er ich weiß immer noch dass du da bist da ach der nervt mich ich komm schieße einfach den bogen kaputt ey dann komm ich und sag hallo so komm gibts mir gibts mir ich kann auch mal bausperren soll ich? alter das kann doch echt nicht wahr sein nebenbei verfolge ich natürlich noch das battle zwischen leute heute abend im fernsehen heute abend im fernsehen heute abend spielt schalke gegen real ey vor einem jahr gab es das schon mal vor ungefähr genau einem jahr da ging das leider 6 zu 1 für real madrid aus deswegen tippe ich heute auf ein lockeres 6 zu 1 für schalke naja natürlich nicht das wäre ziemlich cool muss ich sagen ja wie soll ich den denn kriegen ich halte den die ganze zeit in schach aber kriegen tue ich den so nicht naja komm verschieß einfach deinen bogen so lange der nicht zu uns kommt der gelbe ich beobachte den ja auch ein bisschen von hier das baut der opfer sich hoch ja ok das kann man machen kann man machen schade wenn er sich dann noch ein bisschen weiter hinten hin baut oder so dann rushe ich zudem weil er ist der einzige noch mit bogen so der beste bogen bringt mir hier auch nichts so ist uns eine ender perle dafür habe ich kein money 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 ok sehr schön los geht's power rangers jaja fick dich so nicht so jetzt nochmal ganz schnell hier oh team grün wurde vernichtet oh mein gott das war wichtig ich wollte mir gerade die beste chestband kaufen weil ich habe gemerkt ich kassiere doch extrem viel leider und dann werden wir jetzt mal den gelben rushen und dem mal kurz zeigen wer hier wirklich der barbo ist einmal kurz dafuk es leben noch zwei rote ach lol es leben noch viel mehr als ich dachte lol ach die haben auch noch einen bogen das ist ja nervig sind ja voll die kippt ja sowas aber auch zwei bögen na gut das wird dann doch noch ein bisschen trickiger als ich dachte aber dem einen haben wir richtig gut gegeben also der wird sich jetzt ein bisschen zurückziehen müssen ich muss jetzt auch mal wieder in oh da kommt einer doch nicht ja ich gehe dann jetzt mal zu der base von team grün die haben wir jetzt und da ist alles ein bisschen sicherer als wenn ich jetzt nach hause rennen würde und dort werde ich mir eine ender perle und einen stärketrank holen und den dann von hinten einmal ein wenig auf die fresse geben so wie ich es auch schon in der letzten folge getan habe so pass auf hier ist es special ender perle hier ist das tränkchen stärke so in der letzten folge haben wir auch schon so eine aktion ok sehr schön das bett von denen ist damit am also jetzt haben wir nur noch die roten ok das ist schon mal gut das heißt von hinten kann keiner mehr kommen so ich habe jetzt den stärketrank und die ender perle die kann ich jetzt benutzen da unten ist doch ein roter Achtung ich habe die ender perle also alles chillimilli da da ist er einfach mal trinken hier ne so nicht freundchen ok einer down das war der fall damage von dem ok ich habe die ender perle ich habe kein essen aber ich denke so sehr juckt uns das eh nicht hi oh ja Leute das war jetzt eine coole Runde mal wieder 15 Minuten gegen die sorry nochmal dafür dass ich gestern nur so eine kurze gebracht habe das tut mir leid ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne einen Daumen nach oben da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt könnt ihr gerne abonnieren dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hauterein und ciao